Heute gibt es den dritten Part unserer Reusable Components Reihe und zwar geht es heute um Angular, also los geht's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Tutorial. Heute geht es um Angular und wie wir das ganze Video der letzten Woche quasi noch einmal machen und zwar mit Angular. Das Ganze ist relativ ähnlich und hat auch viele Bestandteile von letzter Woche, also vor allem der Theorie Part. Diese Woche ist identisch mit dem Theorie Part letzter Woche, nur abgewandelt auf den Angular Part. Was heißt, die eigentlichen Inhalte sind mehr oder weniger identisch, nur ein anderes Framework, sodass man beide Parteien abgedeckt hat. Als kleine Info und React Version dieses Videos wird es erstmal nicht geben. Vielleicht gibt es in Zukunft aber noch weitere Parts. Schreibt das doch mal in die Videokommentare, wenn ihr das mit anderen Frameworks auch noch sehen wollt. Ansonsten ja, worum geht es heute? Wir bauen quasi wie letzte Woche einfach ein Angular Reusable Component. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Probleme oder euch mit anderen austauschen wollt, ganz oben in der Videobeschreibung ist ein Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen. Ansonsten ja, legen wir jetzt mal los und gucken uns das Ganze mit Angular an. Auf geht's! So wie im letzten Video auch, eine kurze Anleitung zum Setup, das ich hier schon habe. Ihr findet hier eine Standard-Angular-Instanz. Die habe ich schon ein bisschen modifiziert. Also wir haben hier schon ein Shared-Module. Wir haben hier oben auch schon einen Core-Ordner mit einem Enum und einer Index-Datei. Die ist allerdings noch komplett leer. Dazu gleich mehr. Auch unser Shared-Module ist einfach ein Default-generiertes Module, weil man in Angular halt einfach Reusable Components oder Components, die global in der Anwendung genutzt werden, in der Regel über ein Shared-Module exportiert und in anderen Modulen wieder importiert. Ansonsten, die seht ihr hier an der Seite, die App ist sehr leer. Wir haben hier noch nichts wirklich an Code. Wir haben unsere Komponente, die wir erstellen wollen, auch noch nicht erstellt. Und natürlich findet ihr den gesamten Code unten in der Videobeschreibung verlinkt auf GitHub. Dort könnt ihr euch das alles nochmal in Ruhe angucken. Aber jetzt legen wir erstmal los, indem wir unsere Komponente erstellen. So, und los geht's mit dem ersten Step. Wenn man in Angular eine Component erstellt, generiert man die in der Regel mit einer CLI. Das ist eines der mächtigsten Features von Angular und vor allem bei großen Projekten extrem praktisch. Wir geben hierfür einfach ng ein, dann generate, also das kürzen wir mit einem g ab, sagen wir wollen eine Component erstellen, das kürzen wir mit einem c ab und dann sagen wir einfach von unserem SRC App Pass das Grundverzeichnis, also in unserem Fall Shared. Hier wollen wir einen neuen Ordner anlegen, beziehungsweise dieser Ordner existiert schon, nämlich Components. Und hier sagen wir Custom Button. Da drücke ich jetzt einfach auf Enter, das läuft jetzt kurz durch. Und in dem Moment generiert uns Angular jetzt einfach vier Files. Ihr seht hier an der Seite auch, wir haben jetzt einen Ordner bekommen, Custom Button in unserem Components Ordner, in unserem Shared Ordner und direkt in unserem Shared Modul, weil Angular weiß, dass ich das quasi in diesem Ordner generiert habe, wird hier automatisch unsere Components schon in dem Shared Modul hinzugefügt und wir müssen das Ganze jetzt nur noch exportieren, also als Export bereitstellen in unserem Modul, damit wir das in anderen Komponenten verwenden können. Das bedeutet nämlich jetzt, dass sobald irgendein Modul in Angular quasi unser Shared Modul importiert, können wir unseren Custom Button verwenden. Bei großen Projekten macht es durchaus auch Sinn, einzelne Reusable Components, beispielsweise wenn ihr eine Library erstellt, die einzelnen Components als eigene Moduls zu kennzeichnen, um zum Beispiel Abhängigkeiten, zum Beispiel eigene Services oder Pipes oder so etwas, direkt mit in dem Button Modul quasi zu verschachteln. Brauchen wir in diesem Fall nicht. Was wir hier machen müssen, ist theoretisch unser Shared Modul in unserem App.modul hinzufügen, damit wir hier auf der obersten Ebene jetzt einfach sagen können, Custom minus Button wird mir auch schon vorgeschlagen. Und in dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, sehen wir hier in der Mitte standardmäßig Custom minus Button works. Das ist nämlich der Standard-HTML-Code, der von Angular generiert wird. Aber generell war es das schon mit der Erstellung und wir können uns jetzt darum kümmern, unseren Button mit unseren Funktionen, also unseren Input Properties, zu versehen. So, jetzt gucken wir doch mal, wie wir unsere Properties an unsere Komponente durchreichen. Und anders als bei Vue muss man erstmal verstehen, dass Angular per Default vier Dateien erstellt. Für jede Komponente, egal wie klein oder wie groß die ist, per Default immer eine komplett funktionsfähige Testdatei. Also wir können direkt jetzt diese Komponente testen, ob das Ganze funktioniert. Das wird in der Regel mit Jasmine und Karma generiert. Dann gibt es eine Component TS. Das ist unser TypeScript, wo alles definiert wird und auch alles zusammengeladen wird. Hier sagt man, wie die Komponente heißt. Hier sagt man, wo der HTML-Part liegt, wo der Style-Part liegt. Und das sind halt zwei eigene Dateien. Man kann das auch umschreiben und hier zum Beispiel URL rausnehmen und hier auch das rausnehmen und sagen Styles. Und dann könnte ich hier drin direkt CSS-Code schreiben und hier oben drin direkt HTML-Code. Falls euch das lieber gefällt, könnt ihr das auch wunderbar machen. Persönlich muss ich sagen, ist das aber einer der Faktoren, die ich persönlich am schönsten finde, weil es mehr Ordnung bringt, vor allem bei großen Komponenten, dass ihr einen eigenen HTML-Bereich habt und einen eigenen SCSS- oder SAS- oder CSS-Bereich. Das macht einfach so ein bisschen die Übersichtlichkeit, aber da gibt es verschiedene Präferenzen und es ist nicht besser oder schlechter. Prinzipiell brauchen wir das hier in unserem Fall gar nicht. Also wir haben keinen onInit-Lifecycle in unserem Button, sondern was wir hier haben, ist wir haben einen Input-Wert. Das ist quasi eine Property in Angular und hier sage ich, das ist ein Label und vom Typ String mit einem Default-Wert einem leeren String. Ihr könnt das auch so definieren, dass ihr hier sagt mit einem Ausrufezeichen, dass dieser Wert, also diese Variable immer da ist, also dass sie nicht nullable ist und in dem Moment, wenn man hier das nutzen würde, muss die gesetzt sein. Persönlich fährt man aber in Angular besser, wenn man einfach per Default sagt, okay, ich habe hier einen leeren String als Default-Wert und wir haben natürlich drei Input-Werte, nämlich einmal Label, dann haben wir neben Label auch noch Disabled und wir haben neben Disabled auch noch Theme. Das sind die drei Werte, die wir haben. Disabled ist wie auch das letzte Mal einfach ein Boolean und standardmäßig mit dem Wert False und Theme ist allerdings kein String wie in View, weil wir da ja mit JavaScript unterwegs waren, sondern hier sind wir mit TypeScript unterwegs und sagen deswegen, das ist ein Custom und dann Button Theme. Und das Ganze ist ein Enum. Dieses Enum existiert noch nicht, sondern wir wollen, dass er später quasi so aufgerufen werden kann und das müssen wir jetzt erstellen. Hierfür habe ich hier oben schon einen Core-Ordner, dann einen Enum-Ordner. In dem Enum-Ordner ist ein Index-Ters, die ist noch leer. Und hier auf der obersten Ebene erstellen wir uns ein CustomButtonTheme.Enum.Ters. In dem Moment erstelle ich mir hier einfach Export, Enum und dann wollen wir gerne das hier exportieren. Das ist einfach unser Enum-Wert. Da drin haben wir einfach nur zwei Variablen, nämlich einmal Prime, zwei Werte, keine Variablen, Prime mit dem String Prime und Secondary mit dem String Secondary. Das speichern wir jetzt ab. Und in dem Moment können wir das theoretisch importieren, aber ihr seht hier, wir importieren das aus der Datei direkt und das wollen wir nicht. Sondern in dem Moment, wenn wir das aus der Datei direkt importieren würden und wir den Dateinamen ändern, dann würde sich das überall in der Anwendung ändern, sondern wir wollen das hier machen, indem wir sagen Export in der Index-Ters und dann Everything from und hier sage ich einfach aus, das war falsch, aus unserer CustomButtonTheme.EnumDatei wollen wir alles exportieren und jetzt können wir hingehen und sagen, wir wollen das Ganze exportieren direkt aus dem Enum-Ordner und jetzt ist es quasi egal, wie sich das in dem Enum-Ordner verhält, sondern wir wollen das direkt aus dem Enum importieren. Den Import hier oben brauchen wir nicht. Das speichern wir ab und in dem Moment ist unsere Komponente mit den Inputs versehen. Allerdings nutzt es ja noch nichts. Wir haben hier noch nichts und man sieht ja auch hier in der Seite, irgendwas funktioniert da auch noch nicht richtig und das sollten wir uns unbedingt mal kurz angucken. Einmal richtig speichern hat schon geholfen und in dem Moment ist das hier jetzt leer, aber wir sehen immer noch nur unseren Text, obwohl wir jetzt hier Werte haben. Diese Werte können wir jetzt mal durchreichen, das heißt wir stellen uns auch hier einen neuen Button. Dieser Button besitzt natürlich auch unser Label einfach als String, das wir hier generieren und dann haben wir hier unseren Disabled State, den übergeben wir in Angular mit diesen eckigen Klammern, das ist quasi ein Set und in dem Moment sagen wir hier, okay, wir greifen auf unsere Disabled Variable zu. Auch haben wir hier natürlich unsere Class, das ist in diesem Fall einfach Siem, das heißt wir generieren auch hier, dass der Button die Klasse Prime oder Secondary bekommt und wir wollen natürlich auch wie in Angular, äh wie in View, wollen wir dafür sorgen, dass hier natürlich eine Standardklasse drauf ist, nämlich Custom minus Button, das speichern wir jetzt so ab und in dem Moment haben wir die Grundfunktionalitäten gesetzt, aber auch noch nicht wirklich mit uns Events beschäftigt und damit müssen wir uns jetzt natürlich auch noch ein bisschen auseinandersetzen. Aber ich schlage vor, bevor wir erstmal mit Events anfangen, gehen wir jetzt auf unsere App.Component, hier generieren wir unseren Button und hier definiere ich jetzt einfach schon mal als Input Variable unser Label, hier möchte ich gerne ein String reinreichen und zwar Custom Button, in dem Moment, wenn ich das abspeichere, bekommen wir hier unseren Text angezeigt, außerdem können wir hier jetzt auch wie das letzte Mal zum Beispiel sagen, dass wir hier sagen Disabled und hier sage ich True, in dem Moment wird unser Button jetzt Disabled und wir können ihn nicht mehr anklicken, wir können aber auch sagen Disabled False, dann wird er wieder sichtbar und wir haben auch hier die Möglichkeit unser Theme zu setzen, allerdings kann ich jetzt nicht wie das letzte Mal einfach hier reinschreiben als String Prime, weil dann meckert er und er möchte dann gerne, dass das hier ein Enum ist vom Typ Custom Button Theme und das wollen wir natürlich auch nicht widersprechen und sagen hier, wir wollen das so einsetzen. Das hier ist aber immer noch ein Error, weil wir diesen Wert in der Komponente noch nicht hinzugefügt haben, das heißt wir müssen auch hier sagen, wir haben einen Public Wert, nämlich Custom Button Theme und dabei handelt es sich einfach um das Enum und das Ganze kann ich jetzt aus unserem Enum-Ordner importieren und in dem Moment ist das hier Valid, ich kann das aktualisieren und wir können den Button mal untersuchen und unsere Properties werden korrekt gesetzt, Custom Button hier mit Prime und ich kann natürlich hier auch sagen Secondary, man sieht auch schön von TypeScript den Vorteil, nämlich die Autocomplete-Funktion und hier Secondary wunderbar wird hinzugefügt und das Ganze können wir uns jetzt ja mal kopieren, damit wir direkt beide gleichzeitig kriegen. Aber das sollten wir vielleicht verschieben, wie auch das letzte Mal, dass das dieselbe Struktur hält. Aber das bringt uns jetzt zu dem eigentlichen Part und zwar wollen wir jetzt einen sogenannten Output generieren und diesen Output nennen wir Button Click und wir sagen, das ist ein Event Emitter, das ist quasi das Angular-Äquivalent zu einem Emit in View und hier sagen wir, das hat natürlich einen Type und zwar ein Mouse Event, weil wir ja drauf klicken und das Ganze ist ein New Event Emitter, einfach mit einem leeren, eine leere Funktion und sagen auch hier vom Typ Mouse Event und das Ganze funktioniert natürlich noch nicht, weil wir das erstmal, der hat das hier oben schon automatisch importiert, das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen, dass das aus Angular Core kommt und in dem Moment ist unser Emitter fertig und wir können hier jetzt sagen, wir haben eine Public Function, die nennen wir jetzt einfach Clicked und die erwartet ein Event vom Typ Mouse Event, gibt nicht zurück und in dem Moment sagen wir einfach Sys.ButtonClicked.Emit und sagen hier einfach, Emitted soll quasi unser Event werden, da das hier auch ein Mouse Event ist, ist das alles syntaktisch korrekt und wir können jetzt in unserem Button einfach mit normalen Klammern sagen, wenn ein Klick ausgeführt wird, dann ruft doch bitte unsere Funktion Klickt auf und gebe hier das Event weiter. In dem Moment, wenn ich das jetzt so abspeichere und hier mal die Konsole öffne und wir auf unsere App und Component gehen, kann ich jetzt hier sagen, unser Button klickt Event und sage hier einfach Do Something und auch hier wird einfach unser Event erwartet. Diese Funktion muss ich jetzt natürlich hier noch generieren und sage auch hier, das ist eine Public Funktion, Do Something oder die erwartet ein Event und hier ist es natürlich auch ein Mouse Event. Auch diese Funktion gibt nicht zurück und lockt uns einfach nur unser Event, das wir aufgerufen haben. So, in dem Moment ist das Ganze fertig und wenn ich hier drauf drücke, sehen wir, unser Event wird wunderbar getriggert, also der erste Button, der erste Button generiert natürlich nichts, weil wir da das Event noch nicht drauf gelegt haben. Das sollten wir mal ändern. In dem Moment bin ich hier drauf drücke und hier unten drauf drücke, wird das Event wunderbar generiert und wir können auch wie das letzte Mal noch einen dritten Button hinzufügen, wo wir Disabled auf True setzen und in dem Moment können wir hier nicht drauf drücken, aber die oben beiden funktionieren wunderbar. Damit haben wir unser Event definiert und können jetzt hinüber gehen, das Ganze auch noch mit CSS beziehungsweise SCSS anzupassen. So, wenn wir in Angular CSS verwenden, habe ich wie auch in Vue so ein Prefix quasi gemacht, dass wir Styles, wo ein paar Farbvariablen drin liegen, in der gesamten Anwendung verfügbar machen. Und wie auch in Vue starten wir erst mal mit unserer Standardklasse, nämlich Custom Button, wo wir auch wieder dieselben CSS-Befehle nehmen, also wir sagen, dass es keine Border gibt. Wir sagen auch hier, dass wir einen Margin nach außen haben von einem RAM. Wir sagen auch hier, dass wir ein Padding in unserem Button haben von einem RAM links und rechts, äh, 1.5 RAM nach oben und unten und zwei RAM nach links und rechts. Und wir sagen auch hier, dass wir ein Border Radius von einem RAM haben. Speichern das mal ab. Jetzt werden unsere Buttons schon mal deutlich größer und angenehmer anzugucken. Auch hier haben wir natürlich eine Font Size von 1.7 RAM, wie auch in Vue, so eine Schriftgröße. Und wir sagen auch hier, wir haben eine Font Width von 700, also wir wollen quasi dicke Schrift verwenden. und die Font Family, die hier schon per Default gesetzt wird, von Roboto. Dann haben wir natürlich auch hier eine Transition von All, 250 Millisekunden, Ease, In und Out, also noch kleine Interpolation dazwischen. Und in dem Moment sind unsere Buttons schon mal angenehm fertig. Auch hier haben wir natürlich unser Hover und unser Focus Event. Und in dem Moment, wenn wir mit der Maus darüber gehen, wollen wir sagen, das wird natürlich ein Pointer. Also der Maus Cursor soll sich verändern und wir sagen, dass das Ganze ein bisschen animiert werden soll. In unserem Fall sagen wir, das soll einfach ein bisschen nach oben animiert werden, wenn ich das Ganze so abspeichere und damit der Maus hier drüber gehe, sehen wir, das funktioniert genauso. Hier unten haben wir auch wie in einem View Video ja natürlich unseren Disabled State. Den müssen wir auch abfangen. Deswegen sage ich jetzt hier, okay, wenn das Ganze disabled ist, dann wollen wir einmal unseren Fokus und unseren Mouse-Over-Effekt ein bisschen manipulieren. Und zwar sagen wir einmal, okay, wir haben hier keine Animation drin und hier sagen wir, der Cursor soll zu Auto werden. In dem Moment, wenn ich das jetzt hier drüber gehe, animiert sich das, aber hier unten unser Button nicht mehr. Und wie auch in View haben wir natürlich unsere Zustände und zwar einmal Prime und natürlich haben wir auch hier unseren Zustand Punkt Secondary. Also die beiden quasi Designs unserer Buttons. Prime bekommt auch hier einfach nur Background, Color und dann CI Green. Speichern wir ab, dann wird er grün und wir haben hier unsere Schriftfarbe und zwar Second und das Ganze kopieren wir uns jetzt einmal. Kopieren das hier unten rein. Sagen allerdings, dass hier unten unser Secondary Button die Schriftfarbe grün bekommt und transparent von der Hintergrundfarbe. In dem Moment werden die beide Hintergrundfarben unsichtbar und haben hier Border 2, also 0.2 Rem, Solid CI Green. In dem Moment speichere ich das ab, dann haben die auch hier die Rahmenfarben. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist unser Disabled State. Den wollen wir noch ein bisschen überarbeiten und zwar sagen wir hier auch, Background Color ist transparent, allerdings Border Color ist CI Gray und dasselbe trifft auch auf die Schriftfarbe zu und in dem Moment wird der Button hier unten grau. Hier haben wir unseren Secondary und unseren Primary Button und haben damit denselben Zustand wie auch in View. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten findet ihr dort auch jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch Amazon Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Untertitelung des ZDF, 2020